Was haben wir noch? Thalia und? Äh... Sicurani, Kaiser, je nachdem. Kaiser, Kaiser. Ah ne, wir haben ja erstmal jetzt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wollen wir Katelyn bannen? Und wenn die Kaiser bannen, kriegen wir Xayah? Mh... 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 Also willst du jetzt nur Katelyn bannen? Ja, willst du auch Katelyn? Mh... Ja, können wir machen. Ich weiß sonst nicht, was wir sonst bannen würden. Nein. Mh... Guck, das Ding ist. Ich hab nichts gegen Emanzipation, aber Frauen haben halt mit echtem Hip-Hop nichts zu tun. Emanzipat... Sozi... Ton. Gerade irgendwie ein Gangwert wie ne Tablette. Hm. Einen dünn Schiss. Dreimal täglich anal einführen. Kaiser! Naaa... Ja, dann geht nix da ja Rakan aber, ne? Aber dann können wir da antworten. Lass Kaiser. Keiser Keiser... 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 So genau die haben wir glaube ich sogar Kyser-Jungle gespielt oder? Ja, da war mein Penta. PENTA KILL 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 abc die bahn doch bitte aber da können die machen wie lange brauchen die ich habe ja nicht nur alle jungs hat sagt er spellbook oder er oder ja er auf jeden fall enthousiastisch alleine wegen pokus er wie krass im interweb oder ist der buch ein bisschen optimistisch das ist komplett verwirrt die gegner sind jetzt komplett überfordert die zögern jetzt die denken sich jetzt warte mal was hast du gesagt ich gehe doch noch nicht pinkel ich bin fnatic fnatic ist gut sagte ja das ist nicht mal ansatzweise im selben baum Achso, ich bin kein Midlaner. Wo ist ne Ultimate Head eigentlich? Bei Manaflow Band und... Achso, du meinst im selben, ah ja, im selben Baum ist es schon. Ja gut, okay, ja, du warst im selben Baum, nicht im selben Zweig. Baum, Zweig, alles das gleiche? Ne, ne, ne. Aber trotzdem. Manaflow Band oder Ultimate Head? Gathering Storm, mein Junge. Hover mal einen Midlaner, hover mal einen Midlaner, um den komplett zu treuen. Oh, Rihanna oder so. Ach, herrlich. Ja, Jungs, für den Stream, ne? Ich hab jetzt mal wieder ein Spiel in Carry gespielt, reicht jetzt auch wieder für ein paar Wochen. Und es muss ja weiter etabliert werden, jeder Champ wird nur einmal gespielt. Bis dieses scheiß Champion Pool-Meme endlich tot ist. Ich glaub, Jermit ist nur garbage inzwischen, oder? Jermit ist richtig bad. Das Problem ist halt quasi, bei den meisten Champs magst du ja quasi der Spell, den du später auch benutzen willst, so, weil das kriegt ja so nicht, und bei Jenna magst du halt Q. Ähm, hä, was? Warum? Du hast ja keine Wave-Tier. Geil. Was ist jetzt, Schüler? Alter! Jungs, was ist los? Oh, Maxi! Oh, Mann! Alter! Auf, in die Trinne! Was haben die denn gemacht, jetzt schon wieder die Vollpfosten? LSD genommen ist meine Theorie. Alter! Wurde irgendein Champion auf A gepickt? Anivia. Hoffentlich bald jetzt nicht Anivia. Ja. Alle so hintereinander. Boah, ey. Ey, mit Endro will ich nie wieder spielen, Mann. Jedes Mal 30 Minuten. Warte mal, warum denn jetzt Cassio? Oh, ne! Oh, ne! Oh, Mann! Jetzt lad mich nochmal ein. Ich bin raus. Bis morgen. Alter! Alter! Alter, Maxi würde ich nachher so hassen, Kutsche! Der Maxims Gesicht! Ich würde dir nachher so die Schellen geben! Nimm jetzt ein Blatt Kutsche ein! Ja, lad ein! Ja, die haben! Ladet Kutsche ein! Ey, jeder kann einladen. Alter! Never mind! Passiert, was soll ich sagen? Das würde bei der LCS passieren. Also sieben Dodges und die Caster so, ja, Leute! Warte, was habe ich jetzt nochmal gepickt vorhin? Alter! Kaiser! Achja, Schirmi. Ich habe schon wieder vergessen, was ich jungle. Ich hätte jetzt, glaube ich, sogar echt Nidali gepickt. Du bist ja auch dumm. Alter, das ges... das... das bilden soll er. Jo. Joga. Wehe, jetzt pickt einer was Falsches. Jenna. Ja. Richtig. Nichts Falsches bannen jetzt. Kevin. Ja. Nichts Falsches bannen. Joga. Was hatten ihn jetzt noch? Was hatten wir? Bannen irgendwas nicht dummes. Bannen einfach noch. Tründameer. Oh Gott. Tründameer. 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 Ich glaube, die Gegner könnten gerade jede Botlane picken, die sie wollen. Ich wüsste die enemy Botlane gar nicht mehr. Doch, Alistair, Tristana. Okay. Okay. Aber ich... Mir wäre auch scheißegal, was die jetzt picken, ob sie jetzt gehen. So seid ihr auf einer Page da auf der Botlane. Wie spielt ihr das? Kommuniziert. Wir töten die einfach. Äh... Level 1 würden wir gerne wieder cheesen. Dann können wir die Wengen gewinnen damit, wenn wir die Mistake machen. Und ansonsten gucken wir einfach. Klingt gut. Gucken wir immer mal. Ja, ist natürlich. Wir können halt den... Ich weiß nicht. Level 1 können wir den Alistair engage. Level 2 wird schwierig. Level 3 könnten wir wieder versuchen. Und dann bis Level 6. Was ist, wenn er euch engaged? Dann wird das Spiel kaputt. Spielcrash. Fuck the place. Jetzt mal gegen Alistair habe ich bemerkt, der Engage macht so viel Damage. Ja, oder? Das ist richtig dumm. Ach, wirklich? Weiß ich ja nicht. Das höre ich ja von euch. Ja, ist wirklich so. Ja genau, deswegen würde ich... Level 3, WQE, Alistair mit Ignite. Und kann der 90% Leben abziehen. Also, Level 3 ist eure Taktik dann jetzt. Entweder ihr pusht die so hart auf dem Turm, dass die nicht reingehen können, weil sie in den TKOA fahren müssen. Oder ihr spielt ultra passiv. Ja, das Ding ist ja, die können ja nicht... Also, Alistair's engage ist halt so, dass du halt einfach nicht in der Range stehen musst. So nach dem Motto. Sollte schon passen. Okay. Scheiß, ich habe falsche Runen. Scheiß, ich auch. Ja, Remake. Also bei Kucha ist mir egal. Bei Kaiser Jungle ist eher nicht so nice, oder? War auch ein Schatz. Was hast du denn schönes? Kein Smile mitgenommen. Alter, das wäre es jetzt. Das wäre es jetzt, Junge. Du musst Kucha auf Smite wechseln. Jo. Ich mach das. Schnell auch die Accounts wechseln, Junge. Und dann gib ihm. Ja, gut. Ja, das spricht Rakan Jungle. Willkommen im Game. Das wären die längsten King aus Spandau Videos aller Zeiten, leider. Hast du die ganze Zeit jetzt aufgenommen? Ich habe auch aufgenommen. Mehr Watchtile. 10 Minuten schon. Alter. Mein Gott, Alter. Die Scheiße, dass man sie jetzt macht. Die jetzt pausiert hat. Springen vom Balkon, Alter. Bruder muss los. Aber ich komm mal runter, ey. Bruder muss los. Bruder los, Moos. Bruder, ihr seid dumm. Hey. Warte, Leute. Jetzt hab ich schon wieder ein Pinkel drauf. Wenn ihr jetzt sehen wollt, guckt ihr mal bei Johnny vorbei. Oh, ich bin der Service Man hier. Wie lange geht deine Aufnahme jetzt schon? Äh, 15 Minuten. Alles klar. Jetzt lass uns ein schönes 70 Minuten Gamer an. Dann wird's eine 85 Minuten Aufnahme. Alter, erst mal 10 Werfungen. Also wir spielen das jetzt schon so, dass wir Korean-Boost-Service machen. Also ich komm immer mit und snack mir ein paar Waves, richtig? Alter! Action, das ist genial! E-Mail, Alter. Verpiss dich von meiner Lane. Aber hast du nicht Coin gestartet? Ist so. Nee, der muss schon fahren. Ja, wobei, du solltest halt echt E-Maxen einfach. Nee, W-Maxen. E-Maxen, einfach nur Auto-Tank. Einfach Q für Wave-Clear. Sonst ist die Anivia die ganze Zeit über... Ja, aber der Q hat, glaub ich, selbst wenn er gemaxst wird, nicht viel Wave-Clear mehr. Spielt man Electro-Cute Anivia? Kann man machen, ja. Ich hab das mal im Video gesagt. Spielt man denn sonst? Was? Komei. Spalable. Beides besser. Oh, der hat's nicht gesehen. Ich spiel auch manchmal Electro-Cute, wenn ich witzig draufge. Muss ein. Stattest du E oder so? Wobei, kann ich nicht ganz kurz hier gesehen hat. Ja, aber ist ja egal. Es ist ja nicht so... Ob sie uns sieht oder nicht, ist ja egal. Hier starte ich's oder so. Okay, ja, dann gerne. Der hat Shield gestartet. Hast du Q oder E als erstes E? Guck mal, was für ein Push. Der hat doch mal Triassierer, Junge. Der pusht hier bis zu mir nicht mehr. Um wen geht's? Er ist ausgelaufen. Das ist meine General Mechanics erstmal wieder hier und Point kriegen, ja. Ja, ja. Wir haben ja keine Chance. Die pullen auch Topside. Also Care Level 3 Bottom. Ja. Verlieren 3... 3 durch 3, oder? Ich setze schon die All-In einfach auf irgendwen. Im schlechtesten Fall wahrscheinlich... Warum hast du da nicht mitgetradet? Ich hab' mir auf die Medien konzentriert. Ich hab' gar nicht... Guck mal, was du machst. Reginald raus, Alistair. Du bist doch trotzdem. Coochie. Aber wir werden auf Rille willst du sein. Alter. Du passt aber nicht hier. Natürlich noch vorder, vorder, vorder. Alistair. Der Schroß. Exzellent. Stolz auf euch Jungs. Weiter so. Wenn der Gagas... Pusch die einfach der Tower... Jetzt damit die CS verpasst. Super für CS. Kann ich Gagas unten in Wäden? Ja. Ich kann Mogen. Ich hab' Push-Brasher. Oh Gagas hier. Alistair kein Flash. Alistair Moff da auch? Ich move auch. Die Aniva ist noch im Turret. Komplett am Smurfen. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab' dieses Game schon weggeben müssen als das ganze letzte Spiel zusammen. What the fuck? What the fuck? Wir machen uns allen mal, Sola. Lass' den Kopf nicht hängen. Nö, ich lass' mich nicht hängen. Ich weiß noch nicht warum. Ich hab' den verpasst einfach nur jeden CS. Ich nicht. Ich hab' alle bekommen bis jetzt. Nice. Du hast doch most CS in Game. Da sind mal Anlaki die Farben. Ja. Wieso? Ich komm runter. Level 3 kann man noch mal rauf? Jede Farbe, jede Lane. Wirst du drei? Jetzt. Trissana kann nach dem Dings hochkommen Kevin. Ja. So ich mich sehen. So die Anivea ist auch gankbar, ne? Die ist schon ziemlich low. Okay. Ja, ich nur geben hoch. Ja, wer kann, wer kann. Sorry, was baust du für Items? Arden first? Na ja, ist mal ne Tier, ne? Hab' ich. Wot? Wofür? Hab' ich's? Der wird Blash wahrscheinlich wieder TP'n. Mit den TP'n. Mit Lane schöner CS Vorsprung hier Jungs. Das ist es, das ist es Johnny. Das geht alles auf. Nicht schlecht. Die Lane wieder zurückgeforced, dass er hier rüber kommt. Mein Gott. Ich stell' mich wieder in den Bull. Der TP ist auch schon raus. Und ich behalte meinen noch. Das ist es doch, was wir wollen. Ich sollte bitte nicht. Mh, die auch Stahl der Junge. Ich komm' dir kommt was, du komm' was? Ja, das ist so. Der Flash-up. Ich resett' dann. Wo lauf' doch weiter. Aja, ja, 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 ja. Das sollte aufpassen. Okay, wir können die gleich töten, denn er ist ja kein Autoshop mehr. Ich hab' wieder viel zuerst ge... Ist... Äh... Aber diesmal konnte ich ausnahmsweise nichts dafür. Er kommt nochmal. Hä? Ist der geflasht? Jo. Wrecked. 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 Ich hab' keinen Manna mehr. Eins Bälle noch. Nivea ist kurz vorm Eck hier. Ja, Krakis kann aber mitgekommen. Er hat aber keinen Flash. Ich hab' wirklich nur noch für ein, zwei Manna, wenn du da genug damage für dich hast. Ich hab' das probieren. Aber Krakis kann doch immer noch bei uns hin. Weil ich habe im... Ich habe im... Ich hab' jetzt Manna für QW. Für WE. Aber wir sind noch... Jungs, ich bin hier ganz groß noch auf der Spur. Oh, Benner! Bitte, sieh' dich. Hab' ich auch schon überlegt. Könnt' ihr? Nö. Oh, auf jeden Fall. Ein Benner, Allerhundert. Wenn die Wave jetzt hier reicht rein. Ist die Türkmaschine. Ja, es hat mega viel Schiss in die Tristana kann rausspringen. Ja, die wissen, dass du da bist. Also, die Anive ist im Eck. What? What? Ey, die Digger, die schicken wir nur noch auf Jenner. Ey, mach' die nur komplett lang. Wir sind einfach ein Ficker auf Meter. Ich mach' jetzt nur noch... Ich mach' jetzt immer die Drafts hier. Jo. So, du pickst. Trünner mehr. Kevin singt auf nem... Gehst du mitte? Is free. Ja, ja. Let's go. Auf nem AP Bart-Top. Insec, Insec mit Flash. Oh, ich hab' den... Ich hab' den... Oh, den... Dass verbal into Insec machen... Ja, ja, das war ja der Plan. Aber die hat mich leider CC'd in dem Moment, wo ich... Ich bin... Ich bin... Eine emanzipierte... Insec... Aber finde ich schön, Kutscher. Da hab' ich mich auch gesehen. Oder? Das ist der Backup, den ich brauche hier. Ja, so ein bisschen Ideen reinbringen. Das ist es. Jetzt rush den scheiß Banner, Alter. Junge, durch damit. Ich hab' auch Ardent und Lockett und Mikael... Ach, ich will aber auch AP haben, Jungs. Nee, nee, nee. Ludens, Ludens. Ludens, Ludens. Ludens, Ludens, Ludens. Jungs, Rod of Ages, völlig scalable. Doch, das wär echt nice. Ach, für einen Müll, wat für'n Scaling? Du scalest ja nicht mit Janna! Doch, natürlich. Ja, das geht ja durchs API-Skater ja mit Tim und mir. Ja, das stimmt. Ah, das ist... Vertraut mir, Jungs. Vertraut mir, Jungs. Into Ludens. Into Ardent. Aber wofür denn Ludens? Für den Damage und für die Push-Power noch dazu. Ah, das ist... Wana, alles. Wana, alles. Ardent, Rabadont. Ja, Rabadont. Wollte grad sagen, Alter. Major is Ardent, Rabadont. Erstmal Push-Nut. Ich hab' dann unter Kontrolle. Danke für die Chips. Aber brauchen wir uns keine Sorgen machen. Nachdem ich mit Kutschi schon mal geklärt hab', wer die beste Zoe ist, kommt Janna als nächstes. Ja, muss ich ja... Kutscha, also heute darfst du nix sagen. Ja, aber ich hab' auch fünf Monate keine Loll gespielt, Junge. Fünf Monate. Ja, gut. Hab' doch Johnny auch. Gut, ich bin da ein mit fünf. Ja, gut. Er wünschte, er hätte fünf Monate keine Loll gespielt. Besser wär's gewesen. Was ist denn das hier? Insecure-Player. Ich komm' mal mitte, Johnny. Können wir machen, ne? Ich auch. Pink-Wort steht bereit. Ich hab' noch kurz Coodle auf dem Queue. Vielleicht ist da kein Moven-Bottes Mist. Die haben hier gepinkt worden. Die haben wir. Ah, guck mal, wie easy das hier ist. Komm, jetzt hast du gewollt die Puschen. Bottes kommt geil! Bam! Miss, Alarm, Alarm, Alarm. Komm, nehmen wir tölt. Machen wir. Hier kommt Kragas. Ich halt' den weg. Fettklauze. Den hol' wir auch noch, wenn's drauf ankommt. Haben wir den Damage? Natürlich haben wir den Damage. Die sind Bot beide? Ja, hab' ich vielleicht mal. Ich muss aber auch vom Turret weg, wenn die dran sind, ne? Ich kann so ein Skid-Life-Ban. Kann die beide töten? Alistar, movst du euch? Clean, Jungs. Kommt her, Jungs. Wir haben Ulti, wir haben Ulti. Alistar, 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 Alistar. Wir machen weiter, wir machen weiter. Jungen-Tenticorpor ist komplett broken! Sag' ich doch, Jungs, ich bin Genius. Champ-Select-Genius. Ich werd' Coach, Alter. So müssen wir mal Bootcamp spielen. Wir sollten nicht Bootcamp spielen, um Meta zu lernen. Ne, wir müssen, um die Meta zu prägen. Können wir die oben töten, Kevin? Was ist ich? Ja, geil, das ist mein Junge. Hat er keinen Flash? Hat er keine Gold mehr. Dann hat er 200 Gold, ich würd' mal gerne resetten. Wat? Oh mein Gott. Oh, der Alistar kommt noch mal. Ohhhh! Da sind wir Alistar noch da! Triumph Alist! Jungen, was sind wir für'n Team, Alter? Können die Jenkins mal aufhören, zu mir zu kommen? Wann ist dat? Oh Gott, das war ja insane Synergy hier. Willst du noch mal? Oder hast du zu viel Gold? Nee, das ist ein Flash. Das ist 2300 Gold halt, ne? Gut, ne? Das ist ne kleine Hausmark, aber. Ich glaub, da kann man sich mal holen. Oh, hinter dir! Oh, schlitz. Gar kein Problem, ich komme! Der hat noch Flash, der hat noch... Komm da auch! Nimm dir Alistar mit Gaming gesehen, Leute. Ah, nie weggekommen! Ohhhh! Gott, bless Allah! Du musst nur an nie weg glauben. Hast du einen Glückser, oder? Naja... Oh, aber... Tim und ich kommen! Tim und ich kommen! Die Wave ist doch quasi vorgesnackt, Alter! Tim, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Weitere Prüfung! Aber mitlanen muss ja gleich der Neway wiederkommen, oder? Komm, wir kommen mitlanen, wir kommen mitlanen! Ist das nicht free? Warte, Tim! Guck mal, guck mal, guck mal! Die denkt jetzt, ich bin alleine? Ja? Aber ich hab... Die will jumpen und ich mach hier in den Jump rein! Oh, fast! Oh, was? Ach, du gehst ja krass! Komm her, komm her, komm her, komm her! Guck mal, die Leute, die vom Rakan wegrennen! Töt sie einfach! Ne, mach nicht! Ich töte sie! Oh, was? Ohhhh! Schade, die wollten noch haben! Raga ist Flash, Alter! Mögen sie nicht zu seinen Kindern! Scheiße! Mit dem hab ich nicht gedacht, wenn es mit dem Türken durchgeht, ey, ne? Nein! Ey, was für mit mir hier? Hier, ich wurde gebaitet! Und, was denn? Kucha! Jetzt rät dich hier doch nicht raus, mein Junge! Ja, die ja nie, wer wird mich hier auflauern wollen! Ne, ne! Der wird schon nicht zu tun! Ne, komm nicht! Okay, komm nicht! Naja, alleine ohne Ignat wird schwierig! Ja, stimmt! Endlich der letzte Punkt im W... Äh, ne! Ne, Q! Kennst du den Song? Der ist richtig geil! Bester Song! Ich geh weg und dann komm ich hoch oder Mitte! Dann seh ich dich natürlich auf der Mitte, ne? Ey, Lissab, böse! Weißt du, für sowas... Ja, ja, stopp! Ne, Mann! Ja! Er ist top! Mann, das ist dann an die Deinen Füßen! Ich geh fix Base! Äh, ich muss ja wieder Bot weg, ne? Kucha! Also, wenn du weggehomst, können ich mich da... Komma! Okay! Ich hab alles außer Flash! Die hat Ninja Tavis! Ey, die können Draken machen gerade, oder? Ne, ne, ne! Das war topside! Okay! Können wir die Mitte töten? Ich hab Flash holt! Komm auch! Oh, hier! Oh, 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 oh! Da kommt noch ein Kragers gleich dazu! Das sieht so schön aus! Ach! Oh, hier hast du gejustet, ne, ne? Glaub nicht, ne! Können wir da trotzdem noch? Ach ne, die haben ja Gurgityção zurückgegangen! Können wir doch mal rein? Ne, gerade gehts über! Frauzeit! ok Die komo macht... die fühlt sich so nice an, diese max range QA komm mal, wenn die Federn alle so nacheinander Tick-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack-Tack Ah, Nie, wir haben miss und dann schickst du mir ein banner hoch habe ich tun hat er das genius ja ich weiß gar nicht sollte ich finde das ja ein bisschen ist er ganz geil für mich geht man wie quasi der kamer bild echt sinnlos du bist ja eh nie wird ihn getocht hat sie dir alle falschen fakt wenn ich dich hören das ist einfach ist entweder du bist in der range zu werden und wirst habe ich das ist es das wollte ich sehen junge mein junge das weiß ich doch ich nehme den nicht ich habe kein mann gerade alles da könnt ihr ich komme hoch ich komme ich auch ich komme kevin bottling könnte überall sein da geht nicht besser oder jetzt muss ich unterwegs kämpfen halte durch ich bin auch gleich da bin auch gleich da das sieht gut aus haben wir nicht die werden wird kriegen ist doch kacke die ist ein bisschen short kriegt sie einen töd da oben? er hat keine flash da oben kriegen wir ihn auf jeden fall ja kriegen wir auch noch? ok dann warte ich soll den verdammt oh die olivier 30 sekunden holt jaa ärgerlich mann da ist schon wieder captain im pack hier unten geh mir herald holen ach hier warte im auge jungs oh was ist dat weiß ich nicht oh der will mich töten was ist dat denn hier da freeze ich meine midlane schön auf einmal ist der edisi hier ja ich krieg hier den überordnen wo muss ich ja ein bisschen was machen ja das ist ja ein frecher schon bei deinem scheiß D2 Tower warten bis wir den abholen ja juli gespottene sag ich nicht nein ja komm ich bitte oh man naja TV-Jahrsgasse nee jetzt verzieh dich da runter ich weiß nicht wie wohl du dich da unten fühlst ich geh jetzt vor der na gut das weiß ich streiten freut sich der dritte und wir bei Minute 3 aber bei der Töne ist dann noch da den Barrel Russian mit Bounddreck und Bounddreck was willst du? direkt Barrel Russian mit Bounddreck das würde ich jetzt nicht unbedingt nein zu sagen aber bist du ein Ardent Ready oder irgendwas? ich hab dann auch eine Ardent Easy mit zwei AD Carries und Jacks guck mal ich lauf jetzt nicht so richtig dumm nach vorne die Engage mich und dann ist der aber nie weg der würde ich übrigens glänzieren wollen wir nicht auf den Bot turret gehen? wird zu schlau geben wird zu geben nee gehen das will ich ja gerade ein kurzer Trap den Chogart ich stehe jetzt richtig dumm weit vorne nee nee du musst weglaufen wenn du wegläufst auf einmal so ups out of position wenn du da drauf gehst nee aber ist ja die Einstieg noch in der Zahn die Einstieg noch in der Zahn die Einstieg noch in der Zahn du weißt aber schon dass da hier eventuell drei Leute kommen und dann zeige ich mich nicht mehr und da bist du tot also das könnte jetzt passieren das sag ich dir nur siehst du das sind drei Leute das ist doch jemand ja ja ich glaube ich vertraue dir die Stelle Alter was soll denn das hier ist Kragas na schade du bist angebotet worden ja scheiße jetzt verdirb ich top muss ich da zippin tschüss tschüssi aih da habe ich gedürnt Tristan out jumped dich an upsie sorry lass uns mal überlegen wie wir das weiterspielen wir müssen auf jeden Fall eineinhalb Minuten bei Baron stehen das können wir gerne machen also geht Johnny Bottlin ne geht Bottlin aber Johnny brauchen wir eigentlich fürs Schild und so gut aber sonst hast du ja kein Tank der kann ja zum Nash dann tp'n einfach aber wie wollen wir das denn machen weißt du der geht der geht einfach hin ganz kackend reist der geht Bott und dann facet ihn jemand und dann geht er hier in den Busch irgendwo und tp'd da seh ich mich Jungs das ist gut aber ich hab halt ein kleineres Problem dass ich keine Ultrabot vermisch ja ne ich hab's keine Ultrabot ab zwei Mütze irgendwie haben wir den Kudauern und so und hier dann noch mal der Flicko der lauert übrigens ne wollte ich nur noch mal sagen ja noch guck mal ich geh jetzt hier hin und denk so oh nein ja ha 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 baded ja jetzt gehst du rein yo flash kubi warte ich playt Harald noch bot lane der wird schmilzt oof ne naja ne noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht ich stell den vorhin renn hier hin und stell den da hin ja stimmt passt 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 so eine andere an das ist jetzt erst mal die wave rennt die werden jetzt runterlaufen aber schon die blöde auch mal runter so wie du tun sollte runterlaufen machen den kurzen bogen bei der zeit hier so so die missierung laufen hier und das ist richtig die gleiche zu beurteilen koko koko die laufen runter guck mal diese dumm ich tp tp noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht die sind hat ja auf der map ja jetzt können wir jetzt können wir das ist zu früh das ist auch wenn wir gar keine wissen was ist alles zu früh das sieht man das wird das wird er wird er wird einfach schmelzen du bist noch meine kurz trotz schauen wir schauen wir machen ist exzellent ich bin einfach genius wort was natürlich ist weiter warum ist doch was so jetzt gesehen habe oder jetzt gehen wir noch nicht weil ich nicht weil ich der 5 spieler ist mein ende über der bedauung wirklich ja ich habe die da auch bekommen hä ja weil ich werde lauf den ap der rio ist immer alle nach unten oben für den türl können wir machen noch mit dann pushen ja wenn wir die welt von holen sollten wir kriegen wir sind ja auch ganz stärker also ist schon hat ja kann komplettes biest sagen wie es ist an der stopp seid da krieg ich flashbacks von diesen drei jahren wenn ich das sehe ja wo schon bin so eine wave mit einem stirbt können wir weiter pushen ja auch flash also wenn jetzt die wenn jetzt versuchen reinzugehen wahrscheinlich wird das was geben passiert das brauchen wir schon auf vorn ja an die wir seit bauern jederzeit versucht die wollen rein und den alistair kämpfen aber in dem moment hatte kutsche schon den nächsten play und ich glaube jetzt kennst du die wir sind natürlich jetzt sehr exzellent du bist der top kommen wir kriegen aber ihr bot auf jeden fall einiges oh mein gott das wäre so cool das wäre das zählste play von uns beiden ever gewesen so ein zählte gewesen holy war knapp ey das war einfach nur perfekt von beiden jura hätte ich da jetzt schon nichts gehabt hier bitte schon jemand kreuz machen was mein schwanz hat ihm ich glaube ich habe noch hat es ja cool und hat scheiß die wandern wo ist das adelt ich hol jetzt ein adelt kreuz selber kaufen was soll das denn hier bin ja nicht deine bahn hat mir jetzt schon gefinisht ich hab mir die tristana gerade eben so weggeboxt, der champ ist so broken ne holy shit da ist doch ein nerf von ja, oh, aua ich spür es, tut so weh aua der champ ist so useless jetzt guck ob ich das game mit 0 0 0 beende, leute das wäre geil geh mal auf karsola geh mal auf karsola geh mal auf karsola ich greife aber nichts mehr an geh dir kurz kein flash Anivir nice jetzt musst du dir aber die schilde geben vorsichtigen bitte ich brauch 50 gold, da will ich noch mal kurz resen lagas in der Mitte kein Problem oh nein hab da nicht gefecht mit der Komp, hab da nicht getan jetzt sterbe ich wegen Johnny und Tim was fegt denn hier? doch, wieso ihr fegt doch scheiße könnt doch nicht fecht check mit so einer Komp ja, du war dumm ich weiß, es ist keiner fünf Minuten hatte ich wieder ja gut, sag mal so, ne der Red gehört jetzt mir das war meine fünf Minuten entschuldigung das passiert im besten mal ich habe eine Turin bekommen, warte worth ok, nehmen wir mal hin ähm, machen die hier bisschen verwirrt rum die haben beide AP Scaling ach so, aber das muss ja keine AP schaden ne, aber es macht AP Scaling halt ach so na, ich hab nur von dem ich auch gleich hab hab ich ne Theorie zu ja, wir hasten jetzt eigentlich 171 AP als Adi ich wollte ihm ein bisschen helfen brauchst du elf Jahre dafür Johnny geh, man stelle ich mal gucken, wie viel ich dazu kriege oh, 65 das ist auch ein Jinma spielen ich hab den Eher noch nicht mal gemaxed aber ja, ja stimmt, Alter da guckst du noch einiges drauf geil auf die 100 auf die 100 kommst das schnitt lässt sich auch schon sehen muss ich sagen da oben ist noch was vorsichtig oh, ich renne easy counterplay ok ah, der Recombo tut so langsam weh ja, ich mein, aber der Recombo tut sich nicht mehr schatz, 0-1 vorbei weg von meiner Mind-In-Wild-Fighter das ist dich ah, müsste das werden wahrscheinlich nö, ich bin gut ja, Kevin, äh, Kevin das hab ich getroffen ja, sag ich ja sonst wär ich auch nicht gestorben, wenn das nicht buggy wär ähm, kommst du zu mir ähm, kommst du zu mir? aus hey, 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 hey push da einfach, push da einfach, Tom, oder? ja, 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 push, push, push let's go tp zu Kevin pace auf, äh, Dings, na? Dola ich bin der Mann ja, alles gut tschüss einfach nur übrigens, du hast nicht 0-0-0 geschafft, du bist 0-1 ja, ich weiß ha 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 direkt zum Baron, da go 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 ich kann hier nicht bei mir auf 20 Sekunden hab ich Sweeper erst leider ah, das läuft mir nicht kurz nur da rauf? nein, 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 da sind doch alle das sind doch alle hallo ja, 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 ja was ist denn mit dem los da hinten? ja, riecht Bock, Alter aber er ist wieder Kaiser, Leute Riecht Bock, Alter Ballekunschild, Tim? äh, fucking Balanced Champion, Junge ja eine Sekunde hab ich überlebt gegen Tristana schade jo, danke für die Express, Alter danke, Johnny, für nichts ich dachte so, irgendwie, du bist Tankjäger ach, Leute, das ist wieder ein klasse von V9-Game hier machen wir Rinder der Name ist Programm ja, ja, machen wir oh, hat er noch Essen? ja fuck aber jetzt hat er keinen Essen für den Nes Nash gut Jungler hier gehabt, so haben wir natürlich auch klasse ach, Johnny, hab dich in Sinn ja, ich will ihm ein Champion Outs reizen, hat Spaß same 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 ich bin einfach nur zu euch gelaufen, auf einmal war ne Tristan an meinem Gesicht und eine Sekunde später mal ein Bildschirm brau hm da hat man den Tornado bei so 500 auf du wieder's das Strivan du weinern hast das kann ich den Grand rout comme ich habe klar dann ist das ziemlich gut im Game, dann müssen wir mit ihm aufpassen da dann kann ich auch 430 Gold vorn 420 Also Sola, ne? Ich gebe dir jetzt gerade 101 AD. Boah, was? Warum Sola? Was ist der Crit, Junge? Das Majors fehlt mir noch, die 25 Stacks, Junge. Ah, das stimmt. Mein Q macht da mit 3000 Charts oder so. Also, ich geh jetzt top. Aber ich mach mit jedem Autotech 260 Damage mehr. Mein E, Alter. Weiß ich nicht, Alter. Ihr könnt halt nicht cheaten. Und wenn ich das mitziehe, ist das useless, weil ich bin... Ja, aber du gewinnst doch gegen den SoGuard 1 gegen 1, oder? Ja, ja. In der Poli auf jeden Fall. Ja, dann müssen wir einfach nur 1 gegen den. Aber ich hab nicht, dass ihr engaged werdet. Ja, aber ihr könnt ja nicht unterm Turm. Ich kann splitten. Ja gut, aber das ist ja, wir haben ja Jinder. Wir gehen zu dritt Mitte und Tim getoppt landen. Tun wir noch ganz schnell meinen... Ihr braucht uns auch 1 vor. Der Junge ist YOLO. Ja, aber das ist das, was wir brauchen, Kevin. Ich brauch aber Red Buff zum splitten. Sola, gute Neuigkeiten. Da sind nun mal 10 AD dazugekommen. Geil. Ich seh immer noch keinen Banner. Ich brauch jetzt. 5 Sekunden, dann geh ich hoch. Also wenn du den Bild immer noch hinterfragst, dann weiß ich ja nicht... Ich weiß es nicht, Kevin. Abwahr. Lass uns mal aufpassen. Ich weiß es auch nicht. Ich mach jetzt 1v3. Du willst noch mal top gehen, oder? Oder willst du alleine top? Ne, ne, wir gehen mitten. Aber was ist, wenn ihr jetzt Anivia einfach top deft und die Mitte deft? Wer soll da ein Boot unten deft? Wenn die Anivia... Anivia ist bottom, Anivia ist bottom. Anivia ist bottom. Anivia ist bottom. Das Schild ist lecker, Alter. Wir können auch 2-2-1 spielen. 2-2-1 spielen. 2-2-1. Wir können auch 4-4-2 spielen. Alter, das will... Es sind gerade 2 bottom. Jetzt mach da nicht zu viel Pipapo, ne? Ich mach gerade alles. Geh mit. Geh mit. Okay, okay, okay. Anivia und schulden wir doch bottom. Anivia und schulden wir doch bottom. Nix Level. Alter, wir spielen 2-2-1, das ist legendär. Ja, aber ich kann mit deinem Schild, kann ich die Tristan halt mit Firekennen contesten so. Hast du schon ready? Ja, ja, immer. Ihr könnt einfach die Tower nehmen, oder? Die move'n top. Tower, 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 tower? Ne, ich kenne einen Minion, aber. Ne, ich meine mit. Tristana kommt runter? Oh, die tower. Ah, komm, das GG. Oh shit. Haben wir jetzt. Ich hab mich einfach out gemacht für die Jungs. Alter. Alter, der Schadenentwurf. Ja, Leute, 1er KDR. Mehr sag ich nicht. Jungs, um Insec? Ich bin egal. Mach es. Hab ich. Ich hab nen Kill. Time. Okay, ready, boys? Yes. Warte. Da unten sind noch genug Targets. Ja, ich muss hier grad suchen. Die sind alle weggelaufen, oder? Ich hebe erheblich. Ich bin noch dabei, Tim. Der kommt noch nampfen. Alter, jetzt sieht das aus, ob ich Impact hatte. 3, 2, 2. Komplett out, Makrot. Komplett zerstört, Makrot. What can they do, Jungs? Also wenn Jenna bitte nicht broken ist, dann weiß ich nicht mehr. Dass du überhaupt die Outlanes hast, mit Jenna mitnehmen. Auf einmal hörst du deinem Ei, Alter. Ich dachte so, yo, wer das Game kommt denn mit? Johnny muss Midlane nicht gewinnen. Auf Lave 3 musste ich erstmal recoilen. Danach kommt wieder erstmal ins Eck. Das ist schön. Ist die dir in einen Tornado gelaufen, oder was? Nee, ich hab halt die ersten 10 Tornados so in die Wave gemacht. Und dann danach zwei halt so schräg. Und dann hat sie ein bisschen überfordert. Und das ist halt echt dumm, was da an Schaden rauskommt dann. Auch Kaisa war aber Legend Damage. So eine an und das nächste. Ey Junge, das Spiel hat mir echt Spaß gemacht. H war klasse. See ya. I will. See ya.